Nachdenkseiten Die kritische Website Zeitbombe am Niederrhein Ein Artikel von Bernhard Trautvetter Die NATO benutzt die Invasion Russlands in die Ukraine zur Legitimation einer Serie von Beschlüssen und Handlungen, die die internationalen und die inneren Konflikte für die Gesellschaften in Europa gefährlich steigern. Im Propagandakrieg gegen den Pazifismus wird die Forderung nach Diplomatie als naive Unterstützungsputin hingestellt. Diese Stimmungsmache gegen die Friedensbewegung wird im Umfeld der Demonstration am 3. Oktober in Berlin noch zunehmen. Das von der Militärlobby entwickelte Narrativ eines imperialistischen Überfalls Russlands gegen die Ukraine dem weitere folgen, wenn die NATO Russland keinen Einhalt gebiete, benutzt die NATO, um ihr neues strategisches Konzept zu begründen. Es geht dabei um die sprunghafte Erhöhung des Militäretats sowie um den Aufbau einer sogenannten schnellen Eingreiftruppe im Baltikum, sowie um die Verstärkung der sogenannten NATO-Ostflanke und um die Steigerung ihrer Manöveraktivitäten. Zitat aus dem sogenannten strategischen Konzept der NATO vom 2022. Der Angriffskrieg der russischen Föderation gegen die Ukraine hat den Frieden zunichte gemacht und unser Sicherheitsumfeld schwerwiegend verändert. Ihr brutaler und rechtswidriger Einmarsch, ihre wiederholten Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht und ihre abscheulichen Angriffe und Gräueltaten haben unsägliches Leid und entsetzliche Verwüstung verursacht. Die NATO übergeht hierbei den Rechtsbruch des Putsches zugunsten einer Pro-NATO-Regierung in Kiew vom Februar 2014. Und sie lenkt vom Warengrund der Invasion Russlands ab, den der NATO-Generalsekretär Stoltenberg im September 2023 im EU-Parlament preisgab. Nachdem die USA und die NATO sich geweigert hatten zu erklären, dass die Ukraine neutral bleiben wird, entschied sich Russland für die Invasion, um die Mitgliedschaft dieses riesigen Flächenstaates mit einer gemeinsamen Landesgrenze von 2300 Kilometern im gegnerischen Militärblock zu verhindern. Somit war die illegale NATO-Ostexpansion die Zerstörung der europäischen Friedensordnung. Kalka-Üdem ist einer der Brennpunkte. Der rasant wachsende Doppelstandort der NATO und der Bundeswehr in Kalka-Üdem mit dem Combined Air Operations Center und dem 24-Stunden-Gefechtsstand der Luftwaffe profitiert mit mindestens 100 Millionen Euro vom Sonderfonds, den Kanzler Scholz noch im Februar 2022 in seiner sogenannten Zeitenwende-Rede vorstellte. Bis 2031 fließen noch über 150 Millionen Euro in die Infrastruktur. Weitere Baumaßnahmen sind darüber hinaus und Planung, so General Porschwatter laut Rheinischer Post. In diesem Zusammenhang erklärte Porschwatter, Zeitenwende bedeutet nicht nur 100 Milliarden für neue Ausrüstung. Die NATO-Bündnispartner stellen weitere Waffensysteme bereit. Dies alles würde im Ernstfall, und das heißt im Krieg, in Kalka koordiniert und geplant, so die NRZ am 31. Januar 2023. Ex-Bundespräsident Heinemann hatte ein anderes Verständnis vom sogenannten Ernstfall. Er erklärte, dies sei der Frieden, in dem wir alle uns zu bewähren haben. Der Luftraum, für dessen militärische Überwachung und Steuerung Kalka-Üdem zuständig ist, erstreckt sich mindestens von Island bis zum Baltikum und von Norwegen bis zu den Alpen. Aber auch hier gibt es eine weit über das ursprünglich hinausgehende Aufgabenstellung. 2020 hat Ministerin Kramp-Karrenbauer das Air and Space Operations Center, kurz ASOC, das Weltraumkommando, in Dienst gestellt. Kalka-Üdem ist einer der Brennpunkte, an dem die Militärs große Summen an Steuergeldern in die Infrastruktur zur Zerstörung und zum Töten investieren. Das liegt mit daran, dass der Hightech-Krieg im Raketen- und Drohnenzeitalter vor allem im Luftraum ausgefochten wird. Planungen dafür bereitet die Strategieschmiede Joint Air Power Competence Center Kalka vor. Ihre konkreten Planungen für Kriegshandlungen im Schlachtfeld steigern die militärische Bedeutung der Luftleitzentrale für die operative Führung der Luftstreitkräfte weiter. Die Hightech-Kriegsführung beschleunigt den Datenfluss. Sie steigert den Entscheidungsdruck in immer kürzeren Zeithorizonten. Sie hat entscheidenden Einfluss auf die möglichen Verläufe von Kriegshandlungen. Die Optionen reichen bis an den letzten Krieg der Zivilisation, den thermonuklearen Krieg im 21. Jahrhundert. Das Zentrum Luftoperationen arbeitet laut der Website der Gesellschaft für Sicherheitspolitik eng mit einem Geozentrum zusammen, das auch dreidimensionale Regionaldaten für den Anflug und Angriff von Raketen zur Verfügung stellt, die im Atomkrieg zielgenau unterhalb des Radars Russlands Überraschungsangriffe gegen Kommandozentralen, Raketensilos und Regierungsstellungen Russlands führen können. Dabei geht es auch um Daten für die in Büchel liegenden US-Nukleararsenale, um deren Zielgenauigkeit sicherzustellen. Demos am 21. September und am 3. Oktober Zusammengefasst generiert die NATO immer neue Risiken, die niemand jemals eingehen darf. Deshalb sind Anlässe wie die Berliner Friedensdemonstration am 3. Oktober hochbedeutsam, so auch die Friedensdemonstrationen am 24-Stunden-Gefechtsstand der Luftwaffe in Uedem am 21. September dieses Jahres. Genauere Informationen zu den Demonstrationen finden Sie im Schrifttext an dieser Stelle verlinkt. Die Warnung von Ex-US-Präsident Eisenhower wird immer bedeutsamer. Wir müssen uns davor hüten, dass der militärisch-industrielle Komplex unbefugt Einfluss ausübt, ob dies nun beabsichtigt oder unbeabsichtigt geschieht. Das Potenzial für den katastrophalen Anstieg unangebrachter Macht besteht. Und dies kann sich die Menschheit nicht mehr leisten. Es ist an der Zeit, Nein zu sagen. Denn dieses Nein entspringt einem Ja zum Leben. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Dasntraue ist ein Schоко. Vielen Dank.